Dieser Seat verdient sicherlich Ihre Aufmerksamkeit. Mit dem Benzinmotor und dem manuellen Fünfganggetriebe ist dies ein fantastisches Auto für noch viele Kilometer. Das Fahrzeuginnere bietet Platz für fünf Personen und ist mit einem multifunktionalen Lenkrad, einem Touchscreen und einer Geschwindigkeitsregelanlage ausgestattet. Mit Vorkehrungen wie Berganfahrhilfe, dynamischer Stabilitätskontrolle und Stabilitätsregelung sind Sie unterwegs immer sicher. Neugierig geworden? Kontaktieren Sie uns, um einen Termin zu vereinbaren.